Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Ein ganzes Königreich ist erobert worden, das Königreich Schweden, so etwas gab es noch nie. Und deshalb wird diese Folge, die letzte Folge dieser Staffel, auch eine sehr spezielle Folge werden, denn es muss sehr, sehr viel jetzt bedacht, überlegt, organisiert, verwaltet werden. Warum, wieso, weshalb, das erkläre ich gleich. Ich hatte am Ende der letzten Folge so ein bisschen überlegt, ob ich das Ganze vielleicht off-cam mache und euch einfach nur die Ergebnisse präsentiere. Aber ich habe mich jetzt entschieden, nachdem ich wirklich viel hin und her überlegt habe und mir einen Plan gemacht habe, dass ich das mit euch zusammen mache, auch wenn es vielleicht ein bisschen spröde wirkt auf den ersten Blick. Aber ich glaube, es ist doch auch relativ wichtig für die weitere Entwicklung und damit ihr auch möglichst genau mitbekommt, was meine Hintergedanken sind bei all den verschiedenen Maßnahmen, die ich jetzt ergreife. Bevor wir dazu kommen, und das muss wirklich ein bisschen ausführlicher erklärt werden, was da so die Probleme sind und was meine Ziele sind und warum ich was mache, noch ein paar Kleinigkeiten. Als erstes, wir werden natürlich unsere Truppen auflösen, die benötigen wir jetzt nicht mehr und zweitens, wir können hier schnell noch einen neuen Lebenswandelbereich wählen. Ich werde mich jetzt, glaube ich, frei hier in den Schwerpunkten bewegen und werde als nächstes im Dreck wühlen machen. Das fördert das Fortschrittstempo beim Geheimnisse aufspüren. Das machen wir relativ häufig, finde ich ganz passend. So, jetzt kommen wir zum eigentlichen Problem, vielleicht oder zur eigentlichen Herausforderung. Vielleicht als erstes mal, wie ist jetzt eigentlich der Zustand unserer neuen Gebiete in Schweden? Als erstes, wir haben festgestellt, das Königreich Schweden ist nicht erschaffen. Und was genauso wichtig ist, die gesamten Herzogtümer, die Titel sind ebenfalls nicht in unserem Besitz. Teilweise existieren sie nicht, teilweise sind sie noch im Besitz von anderen Herzögen, die hier mal früher waren in Schweden, die jetzt noch irgendwo anders Besitztümer haben. Ihr seht es, in Restschweden, die haben ihre Herzogtitel behalten. Wir können natürlich alle Herzogtitel, wenn wir das wollen, erschaffen. Also ich kann euch das mal zeigen, das wird auch noch wichtig werden. Wir können also jeden Herzogtitel entweder übernehmen oder erschaffen. Aber das kostet natürlich auch Gold und zwar nicht wenig. 200 beziehungsweise 250, wenn wir es übernehmen. Und wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Herzogtitel in Schweden. Können wir nochmal hier nachzählen, ob das so stimmt. Fünf können wir erschaffen, zwei können wir erschaffen, fünf können wir übernehmen. So, und das sind Kosten, die ich jetzt erst mal sparen will mit Blick auf unseren großen Plan. Nämlich die Königreiche zu erschaffen und ein Großreich zu erschaffen. Da hatte ich ja gesagt, dass ich 2400 Gold haben will oder 2900, wenn ich vier Königreiche haben möchte. Also wir werden jetzt erst einmal nicht die Herzogtümer erschaffen. Mit einer Ausnahme, warum erzähle ich noch, da soweit sind wir nicht. Wir haben also jetzt eine Menge von Grafschaften. Diese Grafschaften, und das ist jetzt ebenso wichtig, sind alle jetzt uns zugefallen als Haupttitelträger. Ihr seht es. Diverse schwedische Grafschaften sind jetzt in unserer Hand. Außerdem wurden unterhalb der Grafschaftsebene, das können wir uns auch mal anschauen, alle anderen Titel ebenfalls neu vergeben. Also in den Tempeln und Städten sind überall neue Träger. Und zwar alles Leute unserer Kultur und unseren Glaubens. Also das ist erst einmal soweit in Ordnung. Wir haben keinen einzigen schwedischen Vasallen, weil durch diesen Religionskriegsgrund, durch diesen heiligen Kriegskriegsgrund, wurden alle Titel, die nicht unseren Glauben, also alle Titelträger, die nicht unseren Glauben haben, wurden entfernt. Es ist also eine komplett fremde Invasion oder fremde, also eine Machtübernahme durch eine fremde Macht, die jetzt hier in Schweden passiert ist, nämlich durch uns. Also das ist jetzt wichtig für den Gesamthintergrund. So, das ist das Erste. Das Zweite ist, wie soll das am Ende aussehen? Das Ziel soll ja sein, das hatte ich das letzte Mal umrissen, dass jeder unserer Söhne ein Königreich haben soll. So, und geht das überhaupt? Gucken wir uns nochmal an. Für die, die das nicht wissen, welche Königreiche gibt es hier? Wir haben das Königreich Mecklenburg-Pommern. Die Jure hat das nur in Anführungsstrichen diese Ausdehnung, im Übrigen auch hier diese dänischen Inseln schon mit dabei. Da gab es den Jure-Shift. Dann gibt es das Königreich Dänemark. Dann gibt es das Königreich Litauen und eben das Königreich Schweden. Diese drei Königreiche, also Litauen und Dänemark, diese beiden Königreiche, die können wir erschaffen. Denn das Königreich Schweden können wir übernehmen von der Königin. Und das ist am Ende jetzt auch das große Ziel. So, jetzt ist nun die Frage, wie machen wir das mit den Königreichen? Welcher Sohn soll welches Königreich erhalten? Kann man das überhaupt bestimmen? Ja, das kann man tatsächlich bestimmen. Und zwar ist mir Folgendes aufgefallen. Ich habe ein bisschen rumprobiert. Also, die Frage ist nämlich jetzt, in welcher Reihenfolge werden eigentlich die Königreiche vergeben? Es ist ganz klar, dass der Haupterbe, Prinz Marek, erhält das Hauptkönigreich, also sozusagen unser Primärkönigreich. Und das bleibt natürlich Mecklenburg-Pommern. Der bekommt also dieses. Die anderen Königreiche werden vergeben in der Reihenfolge, wie sie erschaffen werden oder wie sie zu uns, zu unserem Reich hinzukommen. Das heißt also, das nächste Königreich, was wir erschaffen, das erste jetzt, das würde dann König, das würde dann Prinz Rodulwad bekommen, das übernächste Thomas und das letzte Lech. Da es diese Königreiche noch nicht gibt, haben wir also komplett in der Hand, wer was bekommt. Und das ist nicht ganz unwichtig, weil zum Beispiel, und da kommen wir jetzt zu den ersten komplexeren Überlegungen, Prinz Rodulwad hat ja schon von uns ein Herzogtum bekommen, das Herzogtum Schonen. Er besitzt zwar erst Bornholm, aber er wird ja irgendwann den ganzen Rest erben. Das Herzogtum Schonen wiederum ist der Jure Teil des Königreichs Dänemarks. Er hat blöderweise auch noch eine Grafschaft, die Grafschaft Möre in Schweden. Das kommt, weil ich nicht gepeilt hatte, dass da schon Smallland war und nicht mehr Dänemark. Das ist so eine kleine Unzulänglichkeit, die jetzt erstmal bleiben wird. Ich kann ihm das nicht wegnehmen, weil wir ein Bündnis mit ihm haben. Das heißt aber, es wäre jetzt unschön, wenn wir ihm jetzt irgendwas in Schweden geben, wo er doch König von Dänemark werden will. Das ist sozusagen etwas, was ich jetzt als Grundprinzip beibehalten möchte. Ich möchte jetzt kein Flickenteppich erschaffen, also keine Grafen und Herzöge aus unseren anderen Gebieten jetzt hier nach Schweden noch irgendwelche Besitztüme geben. Das ist jetzt ganz wichtig für den Hintergrund. Also er fällt raus. Rodulwart muss Dänemark bekommen. Das heißt, das erste Königreich, was wir nachher erschaffen, muss Dänemark sein. Dann bekommt er das. Das heißt, es bleiben noch zwei übrig. Das ist eigentlich relativ egal. Wir haben Prinz Thomas und Prinz Lech. Prinz Thomas hat nun schon eine Grafschaft. Die liegt blöderweise jetzt auch nicht in Litauen. Aber das ist auch nicht so schlimm. Er hat halt eine Grafschaft in Mecklenburg-Pommern, wenn er dann zum Beispiel Litauen bekäme. Ich würde ihm tatsächlich dann auch Litauen geben. Und damit bleibt Lech, weil der noch gar nichts besitzt für Schweden. Und das heißt, nur Lech bekommt in Schweden Land. Alle anderen nicht, weil es dann ein riesiges Durcheinander gäbe mit den ganzen Dejure-Titeln. So, und damit fangen wir jetzt mal an. Halt! Bevor wir damit anfangen, verschaffen wir uns noch einen Überblick, wie viel wir jetzt eigentlich loswerden müssen. Wir haben jetzt im Moment 37, nee, hier sagt er mir, 33, neun dürfen wir eigentlich haben. Unter diesen Titeln sind zwei, die sowieso nur Baronien sind. Die können wir direkt mal abgeben. Die sind aber gar nicht in Schweden. Das ist noch eine Altlast. Das machen wir als erstes. So, dann haben wir noch den Schrein. Den verleihen wir auch einem niederen Adligen. So, alles andere, was jetzt zusätzlich gekommen ist, ist in Schweden. Und wir müssen in Erinnerung behalten, dass wir eigentlich jetzt sieben von neun Grafschaften nur haben. Das heißt, wir könnten, wenn wir wollten, zwei Grafschaften in Schweden selbst noch führen. Und das werde ich auch ausnutzen. Und zwar auf eine bestimmte Art und Weise. Aber wir fangen jetzt erstmal an mit unserem Prinzen Lech. So, also der wird jetzt Land bekommen. Ich werde, wie gesagt, noch keine Herzogtüme erschaffen. Das heißt, er bekommt jetzt nur Grafschaften. Und jetzt ist die Frage, wo soll er eigentlich sein Land haben, wenn er dann mal zukünftig König wird. Und mir scheint es am sinnvollsten, dort ihm das Land zu geben und damit logischerweise irgendwann auch das Herzogtum, was er dann sicher selbst erschaffen wird, dort, wo die Hauptstadt des Königreiches ist. Und das ist, das müssen wir uns jetzt auch angucken, Upland. Upland besteht aus vier Provinzen oder aus vier Grafschaften und die geben wir ihm jetzt als erstes. Also Titel vergeben, das, das, das und das. So, das sind die vier. Damit ist das erste gemacht. Und er ist jetzt hier Graf von vier upländischen Grafschaften. Er kann, wie wir sehen, noch zwei weitere Grafschaften verwalten. Also geben wir ihm auf jeden Fall auch noch zwei weitere, damit er ein mächtiger König werden wird. Und ich denke, wenn ich mir jetzt angucke, welche Herzogtümer da noch sind, gefällt mir Westgotland ganz gut. Ich glaube, das ist auch eine relativ prosperierende Gegend. Smallland ist ein bisschen schwierig, weil ja Möhre jetzt schon dem Bruder gehört. Da will ich jetzt keinen Konflikt herbei befördern. Also geben wir ihm Westgotland und zwar die zwei Hauptprovinzen. Diese beiden hier Titel vergeben, einmal das und einmal das. Da ist, glaube ich, die Hauptstadt. Das passt ganz gut. So, damit hat er jetzt sechs. Wie ihr seht, gibt es in Westgotland noch zwei weitere Provinzen, nämlich Skara und Nordmark. Und das werden die beiden Provinzen sein, die wir selber behalten und selbst verwalten. Das wird dann ins Erbe einfließen, sodass er theoretisch am Ende diese beiden auch noch miterben wird und dann zwei komplette Herzogtümer hätte. Entweder kann er sie selbst verwalten oder er gibt sie weiter an jemand anderen, was ja auch seine Macht weiterhin stärkt. Okay, damit haben wir schon mal einen Teil des Problems gelöst. Jetzt kommen wir zum nächsten Thema und zwar Wispi ist so eine kleine Besonderheit. Wispi besteht nur aus einer Grafschaft, das ist aber eine Republik. Das heißt, da ist ein Bürgermeister. So und jetzt, bevor wir jetzt weitermachen, jetzt kommen wir nämlich zu einem Problem, das wir haben. Und zwar, wir haben eigentlich neben diesem Sohn, neben Lech, haben wir am Hofe im Prinzip keinen einzigen, so gut wie keinen einzigen, der irgendwie landlos ist, der in Frage käme, dass man ihm Titel gebe. Es gibt natürlich eine Menge von Enkeln, die wir am Hof haben, aber ich werde jetzt um Gottes Willen keine Enkel dort irgendwelche Grafschaften geben, weil die gehören dann zu irgendwelchen anderen Zweigen von Königreichen und erben möglicherweise dann halt was in einem anderen Königreich. Das bringt nur Chaos, das machen wir nicht. Und es gibt eigentlich nur eine Figur, der wir theoretisch was geben könnten, selbst bei den Champions, wenn man sich umschaut, das sind alles irgendwo Herzöge oder Barone oder also Grafen oder Bürgermeister oder sowas, die alle irgendwo schon Land haben. Das ist eine unschöne Situation. Der einzige, der in Frage käme, wäre hier dieser Champion, aber das Blöde ist jetzt, wenn wir ihm jetzt hier was geben würden und wir bilden dann in Kürze ein Königreich Schweden, dann ist dieser hervorragende, unglaublich gute Ritter aus unserem Reich raus, weil er dann nicht mal unser direkter Vasall wäre, sondern eben der Vasall des Königs von Schweden. Das heißt, wir könnten ihn nicht mehr als einer unserer wichtigsten Ritter haben. Deswegen werde ich ihm hier kein Land geben. Geht also nicht. Wir müssen also so ein paar Notlösungen jetzt finden. Das heißt, im Folgenden werden ziemlich viele, ja, ziemlich viele unbedeutende, bisher unbedeutende Figuren Land bekommen. Okay, aber ein paar Sachen können wir noch zu unseren Gunsten drehen. Und das Erste, was ich da drehen will, halt, als erstes das Problem Wispi, genau, da waren wir stehen geblieben. Wispi ist eine Republik und ich habe jetzt tatsächlich keinen, den ich da zum Bürgermeister machen will. Deswegen mache ich hier eine pragmatische Lösung. Ich nehme, ich sage dem Bürgermeister von Schwerin, Petrus, er soll bitte jetzt Bürgermeister von Gotland, von Wispi werden. So, und das funktioniert. Er ist jetzt, ihr seht es, stolzer Oberbürgermeister von Gotland und Schwerin. Wir können mal ganz kurz einmal weiter lassen. Schwerin müsste, wenn ich das sehe. Ah ne, schaut mal, das fällt jetzt in unsere Hand wieder, weil er als Bürgermeister nicht zwei Städte leiten kann. Schwerin können wir denn problemlos einem niedrigen Adligen verleihen. Das können wir mit unserer Hauptgrafschaft, die wir überall haben, nicht einfach so machen. Da müssen wir direkt Leute einsetzen. Also das Problem Gotland ist auch geklärt. Gehen wir weiter. Das nächste Thema ist, wir können diese Situation nutzen, um zum Beispiel unserer ältesten Tochter Bertha jetzt nochmal einen zweiten Mann geben. Denn sie war in erster Ehe verheiratet mit dem alten Graf Schieber von Plesko. Hat mit dem auch Kinder, alles soweit gut. Und ihr Sohn ist auch schon neuer Graf von Pleskau als Krutoi. Insofern hat sie ihre Pflicht und Schuldigkeit getan. Aber sie ist 36, sie ist ja auch noch gebärfähig, eine attraktive Frau. Sie kann ja durchaus noch einen Mann haben. Und deshalb werde ich also ihren Status jetzt dahingehend verbessern, dass ich für sie einen Mann suche. Und diesen Mann zu einem Herzog mache in Schweden. Nein, beziehungsweise nicht zu einem Herzog, sondern zu einem mächtigen Grafen. Wir wollen ja in der Regel keine Herzogtümer erschaffen. Und zwar das nächste ist Smorland. Und hier kann es dann zukünftig vielleicht Konflikte geben mit dem König von Dänemark. Aber okay. In Smorland habe ich mal geschaut, welcher Niedere Adelige käme in Frage. Und was habe ich hier gefunden? Ich habe gefunden, wie passend natürlich, einen Tempelvorsteher in Wimmerby. 18 Jahre alt. Das ist doch ein perfekter Gatte. Sprunghaft, keusch und treuherzig. Baron Henry möchte aus Smorland abgeholt werden. Wir werden jetzt ihm... Nein, wir werden ihn... Es ist eigentlich egal, in welcher Reihenfolge. Wir werden jetzt erstmal die Heirat arrangieren. Und zwar... Hier... Wo haben wir sie? Wo haben wir sie? Wo haben wir... Hier haben wir Prinzessin Bertha. Und er selbst. Er will aber auf keinen Fall eine matrilineare Heirat. Weil er schon Baron ist, will er das nicht. Das wird sich auch nicht andern, wenn wir ihm jetzt die ganzen Grafschaften geben. Er bleibt bei dieser Meinung. Da kann ich euch versichern. Insofern wird es also so sein. Ist trotzdem in Ordnung. Wir schicken das ab. So. Die Heirat dürfte dann gleich vollzogen werden. Wollen wir mal ein bisschen weiterlaufen lassen. Ja. Da haben wir sie. Die Heirat ist da. Und jetzt, nachdem er auch zugesagt hat, geben wir ihm jetzt diese smorländischen Grafschaften. Titel vergeben. Und zwar das, 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 das. Und nicht zu vergessen Öland. Das alles gehört zu Smorland. Nun hat er das Problem, dass er eigentlich gar nicht über so viel regieren kann. Aber damit kommt er schon irgendwie klar. Im Zweifel vergibt er das noch anders. Oder er schafft selbst das Herzogtum. So. Wir sind damit Smorland los. Wenn ich das richtig sehe. So. Mal gucken. Ist das dann auch korrekt? Wir können das mal hier anschalten. Öland nennt er das. Ja gut, klar. Weil er natürlich jetzt das Herzogtum noch nicht gegründet hat. Und er hat jetzt seinen Hauptsitz in Borkholm. Aber ansonsten ist das exakt Smorland. Haben wir getroffen. Okay. Damit ist das Smorland-Problem auch gelöst. So, dann können wir, wir haben jetzt noch drei Herzogtümer, um die wir uns beschäftigen, um die wir uns kümmern müssen. Östergottland, Bergslagen und Norland. Und jetzt haben wir noch einen interessanten Kandidaten oder noch ein Problemchen. Nämlich, wir haben ja unsere Töchter nicht so toll verheiratet. Und unsere zweitälteste Tochter, Prinzessin Vida, die hat ja so einen armseligen Baron aus Tangermünde geheiratet. Ja, ich meinte, der Typ ist immerhin Champion und so weiter. Aber trotzdem eigentlich nicht besonders standesgemäß in diesem Kaff abzuhängen. So, deswegen werden wir diesen Baron Dobeslav, der immer noch übrigens altgläubig ist, aber das wird sich ändern. Dem werden wir jetzt hier Grafschaften geben in einem weiteren Herzogtumsgebiet in Schweden. Hier gibt es aber ein Sonderproblem. Er ist nicht unser direkter Vassal, sondern er ist Vassal von Seeland. Das heißt, würden wir ihm jetzt einfach so die Grafschaften übergeben, dann würden diese Grafschaften plötzlich zum Herzogtum Seeland dazugehören. Und das wollen wir nicht. Wir wollen hier eine saubere Lösung haben. Aus diesem Grund machen wir folgendes. Wir machen eine Ausnahme. Wir werden ausnahmsweise ein Herzogtum hier erschaffen und ihm dann direkt den Herzogstitel geben, und zwar das Herzogtum Bergslagen. So, hier haben wir es. Das werden wir übernehmen, nicht erschaffen. Kostet uns jetzt mal 250 Gold. Ist aber okay. So, dieses Herzogtum ist damit jetzt erschaffen. Und dieses Herzogtum geben wir jetzt diesem Baron. Hier. Titel vergeben. Und da haben wir es. Da kommen die ganzen Grafschaften mit rein. Plus das Herzogtum. Der ist jetzt also der einzige Herzog in Schweden. Aber das führt einfach dazu, dass er unabhängig wird. Dass er nicht mehr von dem Seeländer abhängig wird. So, Titel vergeben. Damit sollte er jetzt uns lieben. Schaut mal, es sieht auch jetzt plötzlich ganz stattlich aus. Und weil er uns jetzt liebt, wird er mit Sicherheit auch sein Glauben wechseln. Ja, wir sehen das hier. 100 Prozent. Bekehrung verlangen. Kein Problem. Okay. Das wird dann sicher gleich kommen. So, damit haben wir. Wir gehen zurück auf die Herzogskarte. Damit haben wir jetzt nur noch Norland und Östergottland. Und jetzt ist es einfach aufgrund von Mangel von Führungspersönlichkeiten nötig, dass wir jetzt dort welche von diesen niedrigen Adligen, die dort entstanden sind, einfach nehmen und ihnen diese Grafschaften geben. Sie sind dort schon Barone. Hier haben wir zum Beispiel einen Baron Andrei. Wir gucken mal, ob mit dem alles soweit in Ordnung ist. Zornig, geduldig. Ja, ich würde sagen, das ist okay. Okay, also der bekommt jetzt die Titel hier. Eins, zwei, drei. Die Titel dieses zukünftigen Herzogtums. Okay. So. Und zu guter Letzt haben wir da oben Norland. Und wenn ich richtig gezählt habe, sind es jetzt noch drei. Genau. Und auch hier müssen wir jemanden finden. Schauen wir mal. Hier haben wir einen Mann. Wir dürfen ja leider nicht an Frauen vergeben. Baron Branimir, 61. Ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, an so einen alten Knacker zu vergeben. Er kann sich zwar noch eine junge Frau suchen, aber die Chance, dass das per Erbe zurückfällt, ist hoch. Und dann würde das entweder an uns zurückfallen oder an den jeweiligen König. Und der kann damit was Neues machen. Das ist ja auch eine Stärkung von Macht. Also Titel vergeben. Eins, zwei, drei. So. Und damit wäre alles erledigt. Ja, damit wäre alles erledigt. Wir haben wieder unsere neun Grafschaften. Und wir können jetzt mal die Nachfolge anschauen. Da wird sich jetzt noch nicht viel verändert haben. Das wird erst spannend, wenn es dann die Königreiche gibt. Und darauf müssen wir jetzt sparen. Das wäre dann der nächste Schritt. Außerdem gibt es eine gefährliche Fraktion. Ich denke, wir lassen noch mal ein bisschen weiterlaufen. Es ist nämlich sehr, sehr, sehr wahrscheinlich, dass wir es jetzt bald mit einem riesigen Aufstand, mit einem Volksaufstand in Schweden zu tun bekommen. Denn wir haben hier eine Menge, Menge von Grafschaften, die alle überhaupt nicht unserem Glauben folgen. Wir können hier einfach mal reingehen. Schaut mal, die Volksmeinung. Überall extrem gering. Hier in der Regel bei minus 100. Und das wird sich jetzt gleich zu einem Aufstand vermutlich steigern. Also, dänisch. Ne, das sind sie nicht. Welcher ist denn das? Es ist bestimmt der Bauernpöbel. Na, wartet mal. Das wird vermutlich noch entstehen. Im Moment gibt es noch keine Gefahr. Okay, es würde mich wundern, wenn es nicht entstehen würde. Gut, also er ist konvertiert. Und ansonsten haben wir erstmal nichts Großartiges vor. Wir müssen kurz einmal gucken, was hier los ist. Hier passiert gerade ganz viel. Prinz Kauer. Aha. Ja, jetzt passiert natürlich Folgendes. Jetzt werden einfach die Schweden angegriffen, weil die Restschweden natürlich total harmlos sind. Und dementsprechend werden jetzt Kriege geführt von unseren Vasallen unter anderem um die Restschwedischen Gebiete. Zum Beispiel um Palanga. Ein Religionskrieg nutzt da unser guter Prinz Kauer. Genau, das ist dieselbe Geschichte. Das ist alles dieselbe Geschichte. Das sind viermal die Nachrichten zur gleichen Aktion. So, das nächste geht los. Aha. North Umbria. Okay. Der will vermutlich das hier, oder? wird von Herzog Juv angegriffen. Religionskrieg und Herzogtum schonen. Ja, das gehört, glaube ich, noch zu schonen. Deswegen. Ja, so ist es. Aha. Die Engländer wollen sich also dort weiter ausbreiten. Die nutzen jetzt alle die Schwäche der Schweden. Ich denke, irgendjemand wird hier sicher auch auf unserer Seite noch eingreifen wollen gegen die Schweden. Gut, da hat sich zumindest mal eine Fraktion aufgelöst. Erfreulich. Und wir warten, wie gesagt, wir machen jetzt nichts anderes als darauf warten, dass wir 2000... Oh, verdammt, da war ein Ablassbrief. Oh, egal. Vielleicht auch nur irgendjemand, der entlassen werden will aus dem Gefängnis. So. Bündnis mit Gräfin Borsena von Upland. Ja. Was haben wir hier? Hier, ach so, hier sind Bündnisvorschläge. Das kann das gewesen sein, aber ich will irgendwie keine Bündnisse mit solchen kleinen Grafen. Das ist jetzt für uns nicht gut und produktiv. So, jetzt haben wir es. Das habe ich befürchtet. Diese Fraktion, die wird uns vermutlich Ärger machen. Die schwedischen adamitischen Populisten. Ja, da sind fünf dazu. Schaut euch das mal an. Ja, wow. Und die Militärstärke wird enorm werden. Also, das werden zehntausende Bauern werden, die jetzt hier den Aufstand proben. Und die Frage ist, sind wir eigentlich in der Lage, die erfolgreich zu bekämpfen? Vielleicht sollten wir mal unserem Ratsmarschall... Oh, er ist schon auf Aufgebote organisieren. Okay. Bleiben wir hier bei Dominik? Die Frage ist, wenn wir das wechseln... Ja. Wir lassen das mal. Ja. Militärischen ist sie nicht so gut. So, hier brennt es schon. Ein Mentor. Ich konnte nicht umhin, euer Interesse an der Kunst der Täuschung zu bemerken. Vielleicht kann ich euch ja helfen, noch mehr zu lernen. Mein Neffe, oh Hetthäuf, lächelt freundlich, als er im Garten zu mir stößt. Was ist denn mit dem? Ein Ester ist im Hof unseres Freund und Halbbruders. Okay. Ach so, das ist auch der Sohn von Prinz Kauer. Das ist interessant. Er ist so bekannt, wie jemand mit solcherlei Fähigkeiten nur sein kann. Ich würde tatsächlich gerne mein Wissen über die Welt der Intrigen verbessern. Ja, warum eigentlich nicht? Bekommen wir Ränkespiel-Lebenserfahrung und haben einen Mentor in dieser Angelegenheit. Das ist doch in Ordnung. Gut. Das ist ein Grafenkrieg. Ach so, dort. Das wird uns jetzt angezeigt wegen Nachbarschaft. Wir haben jetzt natürlich eine erweiterte, neue Nachbarschaft. Die Namen sind uns noch weitestgehend fremd. Deswegen stutze ich da hier und da noch ein bisschen. Novgorod, Sakralbauten erhalten. Das ist gut. Und Tymon hat Gemeindebekehren beendet. Das ist hervorragend. Jetzt müssen wir einfach nochmal gucken, welche unserer Domäne hat dann im Moment. Ah, natürlich in Schweden. Die anderen sollten alle unseren Glauben haben. Ja, Novgorod, Rostock natürlich. Halt, was ist denn das hier? Ach so, Lund. Ja, okay. Dann würde ich sagen, schicken wir ihn nach Lund. Mach da bitte weiter. Er ist relativ schnell, ne? Zwölf Monate dauert es nur. Das finde ich sehr schnell. Vielleicht, weil der aktuelle Glaube und der Altglaube sich nicht so sehr voneinander unterscheidet. So, irgendein Bündnis ist ausgelaufen und wieder geschmiedet worden. Ach Gott, weil Prinz Kauer gestorben ist. Unser Bruder. In welchem Alter? Wie alt ist er geworden? 76. Ja, ich bin mal gespannt, ob König Jaromar ihn übertrumpfen wird. Die Fettleibigkeit, die schlägt leider zu Buche. Aber noch ist die Gesundheit in Ordnung. Noch ist die Gesundheit in Ordnung. Okay. Irgendwo ist da noch ein Krieg ausgebrochen. Das habe ich jetzt leider weggeklickt. Bauernverhandlungen in Kisinien. Nun gut. In Schweden wäre es ein bisschen besser. Aber okay, Gebäudekosten reduzieren sich. Das ist noch was anderes. Und hier wird schon eifreich gekämpft. Oh, Vincenti ist hier auch am Start. Das ist möglicherweise das, was ich weggeklickt habe. Lübeck führt einen Krieg ebenfalls gegen... Ah, nee. Der ist mit dabei wegen Palanga. Alles klar. Wer hilft da irgendwo mit? Wir haben einen leeren Ratsposten. Natürlich, weil wir keinen Ratsspitzel aktuell haben. Weil ja unser Bruder gestorben ist. So, und haben wir irgendwelche talentierten Leute? Wir sortieren mal. Wir haben Bürgermeister. Haben wir irgendwelchen wichtigen... Ah, Glennis. Prinz Marek ist auch. Oh, das wäre natürlich eine Möglichkeit, dass wir unseren Sohn zum Ratsspitzel machen. Ich meinte, er kennt sich mit solchen Dingen aus. Dann finden wir lieber einen besseren Kanzler. Aber wir haben ein großes Vertrauen in ihn. Ich denke, das ist die bessere Lösung. Gucken wir mal, wer Ratskanzler werden kann. Ja, wir sollten uns jetzt nicht zu sehr auf die Grafen verlassen. Aber Prinz Rudulward macht doch... Ach, der ist ja Marschall. Ja, der ist auch wirklich ein hervorragender Marschall. Herzog Argoel von Masuren. Der ist... Ah, das ist der Sohn, der neue Herzog. Alles klar. Der Sohn von Prinz Kauer. Ja, warum eigentlich nicht? Warum eigentlich nicht? Dann nimmt er ebenfalls einen Platz im Rate ein. So wie sein Vater. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Okay, prima. Liebe Leute. Es wird jetzt in zweierlei Hinsicht spannend. Erstens erwartet uns ein riesiger Aufstand. Militärstärke 323%. Das heißt... Das Dreifache... Das Zweifache... Unserer Soldatenmacht... Das ist heftig. In einem Monat wird das erfolgen. Und wir können auch nichts... Es gibt nichts, was wir dagegen tun können. Ich bin nur am überlegen... Können wir irgendwie unsere Truppenstärke nochmal verbessern? Ja, wir könnten natürlich hier nochmal... Aber wir wollen das Geld natürlich auch sparen. Aber wisst ihr was? Wir warten diesen Monat nochmal ab. Wir wollen das ganze Ausmaß des Grauens sehen. So, ein Fest soll noch gefeuert werden. Ja, okay. Wir feiern mit ihm mit von mir aus. Wobei... Wisst ihr was? Der ist irgendwie altverwundet, einbeinig und hat auch noch eine hässliche Krankheit. Ne, das machen wir nicht. Angesichts des drohenden Aufstands werden wir jetzt nicht uns damit befassen. Wir warten nochmal kurz ab, was jetzt passiert. Es wird irgendwas passieren. Da, da kommt, glaube ich, das Ultimatum. Wir werden nicht mehr dulden, dass gute schwedische Aramiten Elend unterdrückt werden. Das ist die Anführerin Cordula Buleisdotter. Ihr Ehepartner ist... Achso, von Mercia. Ah, schon eingekerkert. Ja, und sie führt diesen Aufstand an. Sie ist besessen. Pilgerin. Okay, eine besessene Adamitin. Dafür sieht es aber reichlich angezogen aus. Nun gut. Wir werden natürlich jetzt hier nicht klein beigeben und das gesamte schwedische Reich wieder verlieren, sondern ihr wollt Freiheit im Tode, sollt ihr sie haben. Sammelt die Truppen. So. Und was steht nun gegen uns? 10.000, 18.000, 26.000, 36.000, 46.000. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nun gut. Das ist die Herausforderung der nächsten Staffel. Und falls uns das gelingen sollte, hier diese Bauern zu besiegen, dann wollen wir natürlich noch vier Königreiche gründen und ein Großreich. Also, es bleibt spannend mit dem guten Jaroma, dem Göttlichen. Bis dahin macht's gut, euer Steinbein. Das ist eine gute Erfahrung.